Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch sich nicht beschweren würden, wenn sie viel mehr Aufrufe auf ihren Reels hätten, oder? Und aktuell hilft Instagram sogar dabei, das eigentlich recht spielend und locker zu erreichen. Denn Instagram hat etwas an ihren Zählmetriken geändert, die deine Views in der Regel mit so ein, zwei Kniffen explodieren lassen. Früher auf Instagram wurden deine Views, sobald jemand das einmal geguckt hat, auch einmal gezählt. Es gab aber mal eine Zeit, da wurden deine Storyviews auf deine Reels draufgerechnet. Das heißt, wenn du dein Reel in deiner Story gepostet hast, selbst wenn du das jeden Tag gemacht hast und du hattest 1000 Storyviews, hat dein Reel jeden Tag 1000 Aufrufe mehr bekommen. Im Hintergrund hat das dann immer mitgezählt und dadurch konntest du deine Reels tatsächlich mal eine Zeit lang mehr oder weniger viral schicken. Das geht aktuell nicht mehr, aber diese Zählmetrik sorgt dafür, dass deine Views zumindest optisch besser aussehen und wenn sie das tun, dass es dann viraler geht. Bei TikTok ist es übrigens so, wenn du dein TikTok 40 Mal laufen lässt, bekommst du, so ist zumindest meine Information aus ein paar interneren Quellen, 40 Aufrufe. Und jetzt hat Instagram im Grunde genommen die gleiche Grundreichweite wie TikTok, allerdings hatten sie diese Metrik nicht eingerechnet. Deswegen war es eine Zeit lang so, dass man auf TikTok deutlich schneller viral gehen konnte. Allerdings hat Instagram das jetzt, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, auf jeden Fall funktioniert es aktuell und das werden die auch so schnell nicht mehr ändern, so umgebaut, dass das halt jetzt auch auf Instagram geht. Wenn es nämlich flächendeckend heißt, dass man auf TikTok viel schneller viral gehen kann auf Instagram, dann ist es natürlich sehr, sehr schädlich für Instagram. Für mich ist TikTok schon seit etwa anderthalb Jahren totale Zeitverschwendung. Ich habe das mal etwa anderthalb Jahre gemacht, habe da Richtung Comedy was gemacht, aber auch Richtung Marketing und habe damals etwa 185.000 Follower da in einem Jahr oder anderthalb Jahren, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, aufgebaut. Jetzt mache ich das, glaube ich, schon längere Zeit nicht mehr und habe auch schon 15.000, 20.000 verloren. TikTok ist für mich persönlich keine Plattform, auf der ich gerne Zeit verbringe. Auch wenn sie, um Reichweite aufzubauen, um Follower aufzubauen, wirklich eine recht starke Plattform ist, aber ich weibe mit dieser Plattform irgendwie nicht. Kann jeder anders sehen, für mich ist es einfach nichts. Deswegen kann ich euch auch nicht viel mehr zu TikTok sagen, ich weiß nur, dass diese View-Counts anders gezählt werden als bei Instagram. Was hat man denn jetzt bei Instagram geändert, um mit TikTok besser mithalten zu können? So simpel es jetzt auch klingt und so blöd sich das erstmal anhört, sie zeigen die Views einfach anders an. Also kein Scherz, wie gesagt, ganz früher hast du für einen Aufruf einen View bekommen. Dann ging mal dieser Trick mit der Story und jetzt geht der Trick, wenn die Leute sich ein Video mehrfach angucken, also es im Hintergrund läuft, zählt der View-Count immer weiter. Ich habe leider keine Metrik gefunden und mir hat auch keiner von Instagram selber darauf geantwortet. Ich habe also ein, zwei Kontakten, sie wussten es teilweise nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt maximal auf zweimal zählt, deswegen habe ich hier geschrieben, deine Views verdoppeln, oder ob es auch, wie bei TikTok ist, immer weiter zählt. Das würde bedeuten, dass eine Person deinen Reel anguckt und du theoretisch 100 Aufrufe von dieser Person bekommen könntest. Ich glaube das nicht. Früher war es noch so, du konntest von einer Person maximal pro Tag fünf Impressionen bekommen. Du kannst es jetzt auch mittlerweile wunderbar hier in diesen Statistiken sehen. Da steht erneute Wiedergaben, also erstmalige Wiedergaben und erneute Wiedergaben. Und die erneuten Wiedergaben, wirst du sehen, zählen plus die erstmaligen Wiedergaben zu deinem insgesamten View-Count. Jetzt ist es ja so, wenn du ein Video hochlädst, dann muss es mindestens zwei Sekunden sein. So ist zumindest jetzt meine Recherche gewesen, beziehungsweise ich habe es mal ausgetestet, damit dieses erneute Wiedergaben überhaupt angezeigt wird. Also du kannst jetzt nicht ein 0,1 Sekunden langes Video hochladen, die Leute gehen aus Versehen drauf und du hast direkt 5000 Aufrufe von der Person, weil sie irgendwie 10 Sekunden gebraucht hat, um das zu checken. Das funktioniert nicht. Also es muss schon eine gewisse Zeit abgespielt werden und die ist irgendwo so bei zwei bis drei Sekunden. Das heißt, wenn du ein Reel machst, das vier Sekunden lang ist und es guckt sich jemand dreimal an, dann ist es aktuell mindestens so, dass du nicht einen Aufruf, sondern mindestens zwei bekommst. Es kann sogar sein, korrigiert mich, wenn das schon irgendeiner von euch getestet hat, es kann sogar sein, dass du drei Aufrufe bekommst oder vier oder fünf. Und Instagram findet diese Statistik ziemlich geil, weil sie wollen halt mit TikTok mithalten. Das heißt, wenn du statt einem Aufruf auf einmal fünf hast und das bei fast jedem dann passiert, weil dein Reel relativ kurz ist, weil du das ja mit so ein paar Tricks auch machen kannst, dass die Leute sich das so mehrfach angucken, ist ja im Grunde genommen gar nicht so schwer. Dann hast du vielleicht nicht mehr tausend Aufrufe, sondern 5000. Du hast zwar noch nicht mehr Leute erreicht, aber jetzt denkt sich Instagram nämlich, der hat ja schon 5000 Aufrufe geballert und wir wollen ja, dass die Leute deutlich mehr Aufrufe bekommen. Jetzt schicken wir das Ding mal an mehr Leute raus. Und es ist tatsächlich so passiert, seit diese erneuten Wiedergaben angezeigt werden, laufen alle meine Reels viel besser. Ich habe mit einem Reel, das wurde mir mal angezeigt, da kommt dann so ein Pop-up, fast 1000 neue Follower gemacht mit einem Reel. Das hatte zwar auch, weiß ich gar nicht, 200.000 oder 300.000 Aufrufe, ist jetzt überhaupt gar nicht wenig, aber ich habe vorher mit Reels vielleicht 8.000 bis 10.000 Leute erreicht. Jetzt habe ich 6.000, 7.000, 8.000 Leute in der ersten halben Stunde schon erreicht. Und das ist natürlich eine Interaktionsmetrik für Instagram und deswegen wirst du eher ausgeschickt. Jetzt ist natürlich nicht die einzige Taktik auf diesem Planeten, dass du möglichst viele Views bekommst, sondern es kann ja auch sein, dass du mehr dedizierten Content, also Content für eine ganz kleine Nische machen willst. Keine Frage, ich erkläre dir im nächsten Video, kommt dann nächste Woche raus, meine 70-20-10-Regel, wie man Content-Strategien überhaupt aufbaut. Also wie viel sollte Reichweite sein, wie viel sollte Verkaufscontent sein, wenn du dich dafür interessierst, nächste Woche mehr. Kommen gleich noch ein paar Informationen. Jetzt habe ich dir schon verraten, dass man diese Videos kürzer machen sollte, aber kürzer enthält ja meistens nicht ganz so viel Information. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Video drehe, das 30-40 Sekunden ist und ich was erkläre, dann gucken sich das die Leute zwar nicht häufiger an, aber ich habe natürlich trotzdem eine höhere Bindung. Also ich würde schon darauf achten, nicht nur diesen Trend jetzt zu verfolgen. Allerdings möchte ich dir jetzt drei Varianten zeigen, wie du diese Metrik aktuell wirklich für dich nutzen kannst. Variante 1, hier das Beispiel. Du siehst also, ich mache irgendwas ein paar Sekunden lang, blende Text ein und habe eine sehr lange Caption. Das siehst du jetzt vielleicht nicht direkt in dem Video, aber wenn du die Caption aufklappst, dann wirst du da so lange mit beschäftigt sein, dass mein Reel im Hintergrund drei, vier Mal läuft. Und wenn du das Reel jetzt auf dem Handy anguckst, im Vollbildmodus, dann läuft es auch immer weiter. Natürlich könntest du das jetzt auch auf dem Desktop angucken. Da läuft es halt eben nicht weiter. Wenn du ein bisschen runterscrollst, kannst du dir die Caption in Ruhe durchlesen. So mache ich das zum Beispiel manchmal, um mir vielleicht auch die eine oder andere Sache dann zu notieren. Aber das machen halt nicht wirklich viele. Die meisten Leute nutzen natürlich die App. Variante 2, ich habe die selber noch nicht probiert, weil ich das nicht so wirklich mag. Aber ich möchte es der Vollständigkeit halber hier einmal aufzeigen. Du kannst ja selber entscheiden, ob du das gut findest. Du achtest darauf, dass du ein 8-10 Sekunden Video diesmal drehst. Und du teaserst 8 Sekunden lang irgendwas an. In meinem Beispiel wäre das jetzt zum Beispiel, ich habe 100.000 Euro in einer Woche verdient und ich möchte dir jetzt gerade ganz kurz erklären, wie du das auch schaffst. Oder ich habe 100.000 Follower aufgebaut in einem Jahr. Ich möchte dir hier zeigen, wie das war. Und dann teaserst du das halt 8 Sekunden lang an. Vielleicht auch mit einer Musik, die so langsam ansteigt im Volume, also in dieser Dramatik, sage ich mal. Und dann in der letzten Sekunde blendest du dann den ganzen Bildschirm sozusagen mit Text ein. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, also richtig viel Text, dass die Leute das unmöglich lesen können. Sie müssen also einen Screenshot machen. Jetzt ist es so, dass wenn du auf dem Handy einen Screenshot machst, hast du eine gewisse Verzögerung. Also du hast in dem Moment, wo du drückst, nicht immer den Screenshot. Es kann sein, dass Menschen sich das deswegen 3, 4, 5 Mal angucken, um diese Informationen zu bekommen. Ganz ehrlich, mich nervt diese Taktik. Ich habe die Videos aber jetzt vor allen Dingen bei Amerikanern schon super häufig gesehen, dass die viral gegangen sind. Also du könntest natürlich dann auch nochmal irgendwie, statt das zu machen, das Ganze dann nochmal zusätzlich in der Caption schreiben. Also dass die Leute das einmal im Bild haben und einmal unten. Dann werden es manche versuchen zu fotografieren, bis ihnen dann auffällt, ach, ist ja auch in der Caption drin. Dann sind sie nicht wirklich sauer. Ansonsten ist die Taktik ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht mal aufführen. Variante 3, du sprichst 2 bis 4 Sekunden lang, das was ich eben so an Texten angezeigt habe, sprichst du in die Kamera ein. Also du sprichst deinen Hook ein und in der letzten Sekunde, also du sprichst 2, 3 Sekunden und in der 4. Sekunde steht dann, den Rest gibt es halt in der Caption. Und dann muss auch die Caption wieder lang sein, sodass die Leute halt lesen können. Jetzt habe ich das schon ein paar Mal natürlich bei Instagram gemacht und meine Aufrufzahlen sind gut. Es gibt viele Leute, die diese Taktik nicht feiern. Also die schreiben dann darunter, naja, wenn ich mir Text durchlesen will, dann gehe ich auf deinen Blog. Aber an den Aufrufzahlen selbst sieht man ja, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich scheinbar dafür interessieren. Weil es würde nichts viral gehen, was die Leute sich auch nicht angeguckt haben. Und bevor du jetzt anfängst, habe ich jetzt noch einen Bonus-Hack für dich. Entspann dich, guck einfach das Video zu Ende, du kannst es danach immer noch umsetzen. Lieber jetzt noch 5 Minuten gucken, als 5 Stunden selber rumprobieren. Also, der Königstrick ist es nun, die Reels so zu drehen, dass die Menschen Bock haben, auf dein Profil danach zu gehen. Sie sollen also auf den Namen klicken oder auf dein kleines Profilbild, um dann auf deinem Profil selbst zu landen. Was können sie da tun? Sie können dir folgen, sie können sich deine Story angucken, sie können sich vielleicht weitere Beiträge angucken, sie lesen vielleicht deine Profilbeschreibung, sie gehen in deine Highlights. Und all das sorgt dann letztendlich dafür, dass diese Mehraufrufe zu mehr Followern führen, zu mehr Storyviews führen, zu mehr allem führen. Ich möchte zum Beispiel die Menschen durch meinen Content in meinen Workshop bringen. Und in meinem Workshop, der ja gratis ist, versuche ich dann am Ende des Workshops mein Produkt zu verkaufen. Das heißt, ich erstelle ein Reel, was für alle kostenlos ist. Die Leute gehen deswegen auf mein Profil, melden sich vielleicht deswegen im Workshop an und kaufen vielleicht deswegen mein Produkt. Alles mehr oder weniger automatisiert. Wie loggt man denn jetzt Leute aufs Profil? Auch dazu gibt es natürlich mehrere Varianten. Ich stelle dir jetzt mal ein paar vor. Die einfachste ist natürlich, du erwähnst es mitten im Video oder in der Caption, dass sie auf dein Profil gehen sollen. Klappt wahrscheinlich nicht so gut. Du könntest das auch verbessern, indem du sagst, da wartet so ein ähnliches Video noch auf dich. Oder du verweist auf ein ganz spezielles Video, was zum Beispiel auch extrem spannend ist. Die zweite und vermutlich leichteste Variante ist, du hast mehrere Teile. Du schreibst also irgendwo ins Video Teil 2 von 3 oder Teil 1 von 3 oder whatever und hast dann auch wirklich schon den ersten Teil auf deinem Profil. Und wenn die Leute das halt gut finden, sollte natürlich ein eigenständiges Reel sein, was auch eigenständig funktioniert, dann gehen sie vielleicht auch hin und gucken sich das erste. Da kann man ja auch eine Videoserie draus machen. Die dritte Möglichkeit ist, du sagst im Reel oder in der Caption, noch mehr dazu findest du zum Beispiel in meinem Broadcast Channel oder in meiner Story Schrägstrich Highlights. Du musst ja immer damit rechnen, dass dein Reel auch 3, 4, 5 Tage, 10 Tage später noch irgendwo Menschen erreicht, die sehen deine Story dann natürlich nicht mehr. Aber du könntest natürlich ein Highlight gemacht haben. Und wenn das wirklich gut ist, das Thema und wirklich spannend für die Leute ist und du hast mehr Informationen noch in der Story oder im Broadcast geteilt, dann gehen die Leute ja wieder auf dein Profil. Und das erhöht drastisch deine Chance, Follower durch deine Reels zu machen. Siehe Reels also nie als einzelnes Content-Piece, sondern eher als Teil einer Serie. Ein Reel ist in meinen Augen meistens nur ein Teaser für mehr. Wenn die Leute sich ein paar Reels angeguckt haben, gucken sie sich halt auch irgendwann deine ganzen anderen Beiträge an, gucken deine Story, gehen vielleicht sogar in meinem Fall von Instagram zu YouTube und gucken sich hier lange Videos an, hören sich meine Podcasts an, etc. Aber der Teaser, um erstmal diese Reichweite zu bekommen, ist das Reel. Instagram mag diese Statistik. Wenn du es schaffst, dass Menschen ja wegen dieses einen Reels auf dein Profil gehen, sich dann noch drei Videos mehr angucken, deine Story noch angucken und wegen dir 20 Minuten länger auf der Plattform sind, dann geht das Ursprungs-Reel, das die Leute dazu gebracht hat, länger auf der Plattform zu bleiben, immer viraler. Weil Instagram erkennt natürlich, ach guck mal, wenn wir dieses Video mehr ausspielen, dann haben wir potenziell mehr Reichweite und die Leute bleiben länger auf unserer Plattform. Wir können denen öfter Werbung anzeigen, verdienen mehr Geld. Und so gehen deine Reels dann auch viral. Du machst also auch Content für den Instagram-Algorithmus, aber hauptsächlich natürlich für die Menschen. Die Herausforderung von euch ist ja meistens, dass es schwierig ist, auf jede Nische umzusetzen. Ich weiß das selber. Deswegen bespreche ich auch im nächsten Video mit meiner 70-20-10-Taktik, wie du es auch mit ultra kleinen Nischen schaffst, über Instagram automatisiert zu verkaufen, über Instagram extrem viel Reichweite aufzubauen. Denn du musst nicht immer nur deinen kleinsten Nischen-Content posten, aber viel mehr dazu im nächsten Video nächste Woche. Abonnier den Kanal hier, damit du das nicht verpasst. Das wird dir wirklich weiterhelfen, versprochen. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Abonnier den Kanal, like das Video, haut rein. Bis dann, euer Sebi Forst. Ciao.